ok wir sind jetzt in der aufnahme hier unbedingt was sie dann das genau dass wir mittlerweile die dir richtig ja sieht sowieso überhaupt nicht zu der jetzigen passt so recht nicht werden noch nicht wir spielen auf welches update ist das jetzt eigentlich neun 11 4.19 weil wir hätten season 4 sind max um die 19 weil das ist das 19 das macht ja jetzt da und danach blub auf oder wollen wir die bordländer werden machen die bluboff japan kann auch das ist die jose oder ich hasse das leute ist beckings Das ist Eis, Eis, Mölein! Das wird nicht kommen. Mölein. Wollen wir nicht hier unten lang gehen, Max? Wartet, kommt her. Im Welten geht es? Auf der Zeile, das... Da kann er es. Ich muss nur an Nice starten, bei mir hat es nicht gestartet. Wartet noch. Wartet, 13 Sekunden noch. Lass wir unten schon mal lang können. 10. Max, hast du jetzt schon den Dings angehört? Ja, das Spiel läuft schon. Nein, wie lange schon? 1,40 gleich. 2, da sind wir bereit. No, 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 no. Hörst du den Song grad an? Muss ganz schön verarscht, kann das sein. Jetzt müssen wir mal nochmal Blue helfen. Alter, die haben uns so verarscht. Das lass sie nicht auf mir setzen. Hilft mir jetzt einer? Alter. Alter, einfach mal wo an. Achso, wir sind der 11? Ja, kommt dann. Ah, ne. Boah, jetzt hab ich mich fast skillt. Ich hab grad den Stunnen gewählt. Egal. Noop! So. Paul spielt gegen Leona. Ja. Hahaha. Einmal hinflaschen, Alter. Und dann auch so ein Auto attack und dann weglaufen. So läuft das. Aber das ist die nicht von Max. Ja, bitte. Das ist das andere Arsch, der das nicht gemacht hat. Ne. Aber ansonsten so ein Retroal, wenn die mitmachen. Ja. Nein, dem, dem nicht so viel Schaden nehmen. Ab, 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 ab. Ab, ab, ab. Ach, hab ich nicht gekriegt. Der Blitzcrack, Alter. Blitzcrack, Feind of Doom. Komm her. Komm her. Bin da, bin da. Keine Angst. Ich hab mich echt, ich hab mich echt wieder, äh, neue Champion wird. Wie? Ja, wieder neue Champion wird, ob der gut ist. Ach so. Also von dem, was ich bis jetzt von dem gehört hab, fand ich ihn nicht so berauschend. Ist toll. Ich hab Video reingestellt übrigens zum Terzner, wo der Champion Gameplay ist. Bibi. Ja, das ist einfach. Ich hab den Gnar-Song. Na, na, na. Lukas, hab ich auch schon vorhin getan, aber lassen wir's. Da war ich nicht da. Guck mal, ich bin die Nummer 8. Weil ich eine 8 aufm Zeugnis hab. Ach so. Die haben meinen Lappen gemacht, die Lappen. Nein. Frag mich bloß, wie die Asche denn gekommen ist. So, die hat unten einfach nur gecarriert. 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 Gecarriert der die ganze Zeit schon. Boah. Ich hab' heute unser Top-Lin, das ist der AFK. Ich hab' heute unser Top-Lin, das ist der AFK. Ja, sein wir nur winnen, der hat. Warte, warum muss Leona auf Top? Weil sie Paul ne Chance geben will. Mit Ahnung. Paul wird die auch nicht abziehen. Aber wenn Paul irgendwann wiederkommt. Paul gewinnst er gegen Fiora und Du Top, Olaf und Rhythm, aber nicht gegen Leona. Ja. Glaubst du denn? Wie hab' ich ganz schön Angst vor diesem scheiß Blitzcrank. Ich hab' einfach Leona EGQ abgegeben. Oh, Lux hat Lux getötet. Ja, Lux hat Lux getötet. Gigi. Die hat übelst wenig Leben. Ich hab' fast'n Kill hier oben. Ich bitten die die... Ich hab' fast'n Kill! Lukas! Ja? Hey, zum Glück ist der genauso gut. Leona hat 20 AP, wo bist du sonst? Äh, auf dem Milena mein' Geländer getötet. Ich will die Leona! Auch nicht die eben. Auch nicht die eben. Na 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 na. Oh, Double Kill oben. Ja. Nochmal. Einstürzt. Oh, Schade. Ah, Noob! Noob! Noob, noob! Best Panseo und EU-Best. Ne, Mana würde ich hier oben ja noch bleiben und lieber, aber ich hab' kein Mana. Nein, das war... Das war easy, ne? Das war... Das war easy, ne? Das war... Das war easy. Ah, hau ab mit deinem Spiel. Ach ja. Ach ja. Ich komm's gleich wieder top. Ich will die Leona töten. Sie ist weiblich. Warum kommst du nicht bitte... Warum kommst du nicht bitte Lux töten oder Bot Asche töten? Nein. Weil du in der Mitte sitzt. Gar nicht darauf geachtet. Und doch Bot? Da ist ne Grupporte. Exos of Doom. Hat die gerade auch noch HEAL gezündet? Ja genau, den bleib hier. Ja, muss ich, Leute. Bestimmt nicht. Egal, ich hab noch eh niemanden geswungen. Außer vielleicht von Nina Hagen. Lukas, bist du denn ready für einen GUNK? GUNK Plank? Lukas? Ja. Ja. Ja, Max. Das ist kein Lack. Das ist alles können. Komm mit. Der Blitzcrank ist auch das pure können. Was? Was? Ich hab den Fallschlub geworfen. Ich glaub ich sollte zur Becken. Ich glaub ich sollte zur Becken. Ja, so langsam, ja. Ja, mit. Jungle fight. Schon wieder. Ich hab das jetzt schon wieder hingehen. He visto, was ist der arme? Ich beheirat den assist. Ich spiel jetzt los. Kannst du mir das bestellt was zu tun? An die Tiger Exosystem. Ja, mich auch. Habe ich auch das erste Mal gedacht. Ich komm einmal ganken. Schon hast du das Wicht. Und schon ist die Lane frisch. Schon ist die Lane frisch? Oh mein Gott, deine Grabs sind echt besser als meine. Der ist auch nicht besser. Und der Blitzkrank ist auch nicht besser. Ich habe den seit 10.000 Jahren jetzt nicht mehr gespielt. Genauso wie Seth. Da muss ich mich erstmal reinfinden. Mein Seth, das letzte Spiel zu 0. Oh Gott, ey. Ey, du kannst einmal mit Matches Rina gucken. Den habe ich schon seit Jahren nicht mehr gespielt. Ich guck rein und wenn du genau seit einem Jahr nicht mehr gespielt hast, das waren wir 50 Euro. Und wenn du ihn gespielt hast, dann musst du mir 50 Euro geben. Okay? Du hast Ajuda falsch gespielt. Nö, das finde ich doof. Ajuda me. Ajuda me. Alter kriege ich hier total Schiss. Wenn dieser Blitz will ich diesen Blitzkrank nicht sehen. Das kann doch nicht so weitergehen. Ja, will ich auch mal sagen. Warte, 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 wir warten noch bis zur 6. Welcher Blitzkrankt? Du hast keinen Mahnnamen mehr. Na los, dann lass jetzt ein Geldchen. Lukas ist nicht in Schutzkrank! Na 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 na! Ja, äh... Dings von Top Hall! Na 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 na! Guck! Kim? Ja, Achtung, ich kämpfe gerade gegen den Blitzkrank. Da sehe ich schon! Echt? Ich treffe meinen Ulti übeldruck? Ja, den hätte ich die von ihm weggehalten. Ja, gut job! Das hat mal einen Job in dem ganzen Spiel. WTF? überzeugt dass ich bin ich bin das top muss kurz ein bisschen mann muss ich auch was ein spart war nur 50 lukas kommt zu dir das war die flächeln wollte die warte warte ich habe noch einen wenn ich bin ein million weiß ja 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 okay jetzt war die menace müssen weg sein ich gehe weg und bitte nur von denen dann haben wir von denen schade hätte klappen können ja 3 2 1 los ja ich bin so gut ich bin so gut dann kann ich mir das abholen bei mir ist um blitzcrank bei mir ist blitzcrank nicht rund bei mir ist ja um noch so ein gelber rand so ein gelbes viereck ist da oben einfach noch bei mir ist richtig süß aus und es positives pantheon braucht man aggara das war der freundlich alles weil der külsorg oder deine bombe das ist das weiß ich das habe ich viele kills wir schaffen dafür komme ich noch mal gehen können dafür ist ein mit dem kommt schon so ja ich habe max von or baby sittet lüge lüge maxi kommt okay maxi kommt okay so maxi kommt denken nein doch okay ich hab keine ahnung mehr wollte aber gott ganken kommen jetzt kommen denken ich hab 20 60 ja und ich bin cool und du schwul richtig ich bin cool und lukas ist schwul da bla 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 die ulti hat jetzt 88 sekunden cooldown habe ich aber auch gerade das mitbekommen auf so maxi ab in 10 0 ich wollte eigentlich könnte man hinflaschen den man schwer dürfen luxe und die rein luxe macht kein schaden wenn ich mein wett habe keine ahnung genau neben dir deine mächtigste waffe ist draußen ich hab das auch holt messi auf wie war die werbung jeden gibt mein küsse mehr größe gibt meine küsse genau nur das du hast nur kitts machen wenn ich bei dir gank hat jetzt danke ja was hast du da denn hier gemacht nur wenn ich denke war ich gerade ganken bei dir report report power to vanny feed paul ich geh hoch 0 sie geht schon hoch was wenn so eine kuh lustige ist dass sie nach paul irgendwie kein schauen komm herr du jetzt wenn man passiert wie gesagt hat der leone 1 er ist die luxe eigentlich von den film hast du drehe ich leute schade du hast gerade die asche als schutzschild für blitz benutzt und zwei minuten der gegnerische blut haben 1 3 das war mies und umstatt nein max lau ich bin doch hängig flasht das ist das ist du der ohne los damit hier so die aus schaden neu da wird alle danken die meine franke alle wird gebraucht oder einen kill ich gebe in einen key gibst du mir in 1 bereits in den gegnerischen blut ja und jetzt ist der jawander zu weitest du weißt dass ich eigentlich machen wollte nach wird einfach die nur exausten denn noch mal hingehen die so töten aber ich habe außersehen wie der tassatur so rumgehebt ja ja war alles geplant alles geplant ja wo ist die luchsen damit sind glaubt ihr die looks von dem wissen weiß nicht was ihr wollt die kann nein wo es ist auch gar nicht ist auch gar nicht irgendwie auffällig ein bisschen auffällig kommt mal blue machen kommt mal runter jetzt im runde und tom strech die ganz schlechte idee richtig schlecht die ok ganz gute idee total die schlecht ist Ah! Ah! Ich wollte gerade sagen, WM ist verreckt! Butchie! Wet Bath! Oh? Da hab ich's dir aber reingebated. Na, irgendwie nicht. So, krieg' ich den Gegner von Lohrfett? Nicht mit den Leben, den ich habe. Den Gegner rutschen. Na klar! Ja, komm, geh back und... Wir gehen jetzt beide erstmal back und dann gehen wir dahin. Ich will nicht back gehen, weil die Lux hin jetzt nimmt. Gut, dann ult ich gleich dahin. Ne, ne, der hat ihn noch nicht. Ja, dann ult ich gleich hin. Die Lux hat den coolsten Skin für Lux. Ja, ist auch nicht gerade vorne, ist gut. Ach, der hat einen Skin? Ja, Stahl Legion, glaub ich. Ja. Der fällt mir jetzt auf? Der Krupp Stahl Legion Skill. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Sonst läuft dein Motor noch warm. Sorry. Okay. Boah ey, für den brauchte ich nicht mehr meine Ulti. Das ist traurig. Lukas? Ja, unser Blue? Bisschen. Aber ich glaube, er ist in Smash. Aber ich glaube, er ist in Smash. Aber du bist mit Zeit schon wieder von deren Blue, ne? Weil ich in Golden bin. Ja, und? Meine Sterbe macht uns schade. Boah, der war so drauf. Ich bin gleich da beim Blue. Warte ich mal ganz kurz. Oh nein. Lol. Scheiße. Lukas? Das ist hier scheiß Passive. Ja. Komm. Du machst keinen Schaden. Ich bin enttäusch. Echt? Entschuldigung. Ich war noch nicht einkaufen. Ja, jetzt holen wir zuerst den Blue ab. Komm mit. Ja, ich versuche das. Hey Lukas hat doch schon Blue. Das ist echt so. Oh. Ich habe ihn noch gebildet. Dann bekomme ich den bitte? Wenn du rechtzeitig hier bist. Dann könntet ihr mal ganz kurz warten. Ich habe doch gerade geholfen, man. Oh man. Geschildert. Was willst du mit Blue? Ich brauche die mehr. Nein. Ich bin AD Carryer. Ja. Bin AD Carryer. Ich habe 3-3. Ich habe noch ein bisschen Hilfe auf Botlane gebrauchen. Max verfehlt über jeden Grab. Ja. Die Fraser. Ja. Ich glaube für mich ist das letzter Atemzug als erster. Oh doch. Item. Das heißt letzter Atemzug, nicht erster. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Was habe ich denn getan? Ich habe aber gar nichts mehr gemacht. Ne. Ich war gestanden. Deswegen konnte ich nicht keinen Schaden austrinken. Hat Ancient of the Spirit. Ne. Hast du noch gar nicht. Wie heißt der Lukas? Ancient of the Spirit Golem. Ancient of the Spirit Golem. Ancient of the Spirit Golem. So. Bam. Ich habe geholfen. Ich habe geholfen. Ich gehe mal einkaufen. Ich gehe mal einkaufen. Und da bin ich jetzt schon in der Lage. Ja. Bin ich aber trotzdem. Geht back. Ich habe keinen Bock den leider zu machen. Ich komme mit dir. Bock 2. So. Jetzt habe ich mir endlich mal Schaden gekauft. Auf der Atem. Wieso wollte ich die Seele des Exen-Eltesten kaufen? Äh. Keine Ahnung. Die Greed. Okay. Okay. Da fängt mit dieser Hesse zu Pfeil noch hinterher. Was? Pfff. Ich bin auf dem Weg. Ja. Also diven können sie sich wahrscheinlich nicht wegmachen. Ja. Ich glaube immer nicht wegmachen. Willi ist genug Tarts. Oh man ey. Warum kriegen wir dann keine Hilfe auf Bot Lane? Äh. 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 Ich war mit Ganken beschäftigt. Wachen. Ich geh jetzt Mitte. Hm. Na Leona? Ja. 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 Das ist wie vor einer Woche als bei Neues zerrippt hat. Das ist die letzte Woche. Glaube ich auch. Apoll, du musst dir noch Rabadons kaufen. Komm ich stell mir extra hin, dass er mich grabt. Komm. Oh. Oh. Ist sogar dein Toe. Oh. Ja. 08. Und noch nicht mal den K. Fertig. Nein. Soll. Warum hab ich denn nicht so Nürfli-Pack so benutzt? Ne. Zum zweiten Mal. So war es doch irgendwie einen richtigen Moment. Klar. Da man noch mit Lux gar nichts spammen kann oder so. Äh. Da haben wir mit Gegner-Bru. Ich verrechte sogar gegen den schlechtesten Champion. Achso. Der hat ne 50 Sekunden. 50 Sekunden. Ne. Ewigkeit. Weiß das Ding auch? Ja. Reicht. Weitbar. Weitbar Fronk. Alter. Da hätte ein Auto-Hit hat noch auf der Scheiß-Lutz gefehlt. Da wäre sie dort gewesen. Aber nein. Chameleon Hassan. Warum kauft die Leona dann trotzdem Tank-Items? Äh. Supporter-Items meine ich. Oh fuck. Stehen ein bisschen doof. Enough touch. Oh. Wo ist du Dummy-LP? Oh. Ich bin auch tot. Wahrscheinlich kauft die Leona die empfundenen Items. Ja. Aber sie hat einen Skin und spielt top. Deswegen. Ich hab immer noch was. Ich hab auch keinen Sonya. Fuck. Oh. Ja. Maxi-Piede. Ja. Maxi-Piede. 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 It's right now now. Jetzt geht Paul auf. Jetzt geht Paul auf. Paul Quattrack-Kill. Paul Quattrack-Kill. Paul Quattrack-Kill. Das hat sich gerade bei Tim und Asher aufgelöst. Weil die beiden sich gleichzeitig getötet haben. Babalaboo. Und Tom? Unser Blubuff? Hm. Sein muss. Braucht zwar selber Mana, aber. Kann's haben. Wenn du den unbedingt brauchst. Ich hab noch nen Geld. Du brauchst Mana. Du brauchst Mana. So jetzt streng ich mich mal an. Jetzt streng ich mich mal an. Ah, Paul. Der Flash war Jusos. Aber ist egal. Danke Tom. Und. Komm her, Paul. Ich muss nicht umarmen. Warte. Warte. Ich geh jetzt mal nicht. Du bleibst jetzt einfach hinter mir. Ganz ruhig. Es wird alles wieder gut, Paul. Ich bin nicht umarmt. Ich bin eine gesorgende Mutter. Da hat er mich auch umarmt. Habt ihr das gesehen? Ich glaub, die weiß das da. Waaah. Klingt absurd. Ist aber so. Wenn die schnellen Kapitel den Turm kaputt gemacht wird, kriegt sie das hin. Oh mein Gott. Ich bin mal lieber bei der Z. Wir zoomen mal. Ich glaube, die Geister sind gewordet. Nein. Jetzt sind sie gewordet. Ach, ich kommt. Nein. Da ist so ein Schei jetzt. Dann lass mich die davon, ne? Ja, ich bin tot. Ich hab grad zwei Rolls nicht abbekommen. Ich hab grad zwei Rolls nicht abbekommen. Ich hab grad zwei Rolls nicht abbekommen. Oh, die hat ja grad unseren Tun zerstört. Holt, das schaffst du, ne? Da kommt ein Rolls. Was soll der gegen Aschen nicht schaffen? Nö. Ja. Ich hab drei Minutes. Minutes OP oder was. Ja, da geht es nicht um BK. Fahr, wie Sau! Hör, ha! Da hat er Treffer. ich habe gar kein lifestyle doch noch habe ich gerade ich habe schneller schneller bitte klar ist gestürzt königs gar nicht gesehen ich komme ich auch noch ein blubar sich würde ich gerne einkaufen gehen aber kann man ja das ist ein großer fan der kettwurst wir warten kurz die denken dass wir weg sind kettwurst bei der müssen vier fleisch klopft manche leute am xp gew am paul heute hat mich heute hat eine weiche heute übens gebacked hat hat eine geschriebene ticke bahnsterb er hat schon nämlich der witty einmal eingesetzt musste sein kann einer mal aufstecken er wird leute ich habe ich nicht mal gesehen ich stand einfach drinnen habe noch mehr schaden bekommen oh ja lukas der kräfte sein müssen in die frist und denkt sich das ist ein stein lukas die kill und bricht sofort der teleporter backup nach berg nach berg nach berg nein ist paul gol will helfen das flash ist ich versuche noch rechtzeitig runterzukommen oder mache ich drag ich mache drag anstatt euch zu helfen das wird jetzt zu viel ja das wird zu viel das geht gar nicht so lukas hat dem hauptcharakter getötet was so ein arsch doch lukas kommt hier mal dfg alter auch wenn es mit lux üblich scrappig ist macht es einfach so lukas einfach nur weil er zu büdy war der kriegt ja trotzdem den kill das kriegt doch 100 prozent jeden kill so lukas ich mag es dir einfach nur für maximale ap da ist man schon wie der letzte höchste stört mann das geht doch die gegner nicht aufgeben komm zum blitzen bleib vor mir stehen falls ein aschowel kommt oh die ist tot na du fandst aschowel ist tot oh schade aschowel ist tot bleib vor mir stehen falls ein aschowel kommt wieso hast du weg geflasht ne hätte ich flash oder sollte ich mit schwein bauen ich bin tausend schaden der ultram sind nicht das ist wirklich glaube ich sogar da wird es ist 608 hier meine ulti skaliert mit ich habe drei vierte oder so ich hätte mal meinen mann wie soll ich keine globale ulti mein swat einsetzen sollen aber ne ich hab keine globale das ist auch ein problem warum hat Lucian dann keine globale ulti komm Lukas ich bleib die grad ein bisschen oh ja Lukas das riecht nach dem panterkill ne ich flash jetzt rein ich flash da jetzt rein und stirbt alles kalt Leona ich hab dir gesagt vielleicht hätte ich zu meinen Tom Sprung ich hab mich grad zum Blue verwendet Lukas stirbt einfach wieder weil er zu ihr ich hab mir zum Blue gewonnen nein die schnallte ich dicke ziege zum Blue Blue mann Blue mann die zieht mir doch nicht ab und du ziehst sie doch ab wir müssen nicht auf den Carry gehen äh auf den Tank sondern auf den Carry der war lowlife der war lowlife der war lowlife alter ist immer faul der haben überlebt doch was habt ihr denn 1 gegen 1 getraded hebel hab nie gekillt Leona ich hab Leona 7 1 11 hast Wurf 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 gegen panther und der 5 4 13 steht und war noch ein guter trade oh ja ich hab mehr assist als du Spasti in der jungle du Spasti ich hab genauso viele Kates wie du du Spasti alter wie ich die Lux allein mit meiner Ulti gekillt hab ne die Lux sind doch scheiße die hab ich grad termin die hab ich grad terminiert Max davon hab ich 2 Drakes du Spasti ne ich hab mir grad überlegt ob ich oh DEMAS ja du bist der Supporter aber du hast grad deinen besten Frank getötet fixer sorry sorry total depressiv story ich will mich dafür erhängen ok ok ich rette sie ich rette Max und Max rettet sie sogar wirklich NEIN Lukas weh du tötest sie Lukas rettet sie oh Lukas bist du ein Assi Lass du sterben Lass du sterben Lass du sterben Lass du sterben ich hab sie 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 jetzt nimmst du Paul einfach nur noch ganz locker easy ja Paul wird langsam tanky da kommt ein Tom was wird dieser Tom machen richtig voll auf die Lux die einfach alle noch genau in die Mitte laufen die Lux echt jetzt Loll die war ein Flash Loll und so der Flash von hier die wär ansonsten der Tom sie vielleicht auch bekommen ganz ehrlich ich wär auch geflasht du bist Garen please Garen will nicht sogar bald den Barons tanken ich und Paul können den Barons locker tanken warum macht ihr den noch nicht okay nein ich hab Angst vor dem der ist so wow Barenusherig der ist Barenicious alter der ist Barenicious ha mach den oh heil hier hinten Penta Penta time ja warte die macht die ja ich hatte doch ein bisschen zu kämpfen mit der Asche oh also ich hätte den Bayern Penta gemacht und dann kommt diese scheiß Asche ich hab Asche nicht gesagt ey lass mal lass mal bitte noch nicht beenden ich möchte mal versuchen Penta zu machen okay wir bauen hier einen neuen Versuch gekriegt den spawnen mein warmes Fall kam von durch geflogen ne ich mach nichts ich werde die Minutes einfach lassen lass die Asche Läuf ich werde die Minutes ha 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 gg mach lo ich solltet mich alle an der verrecken los Paul wir glauben an dich Spawn diving er wird ja sterben Lukas nein so jetzt jetzt kann ich jetzt kein Penta machen in Geld wartet wartet ich will jetzt ein Penta machen ich will jetzt ein Penta machen Pussy los Lukas du bist wir bei Penta Pussy aber wir sehen auf jeden Fall gut stimmt ey mein Ulti macht 998 Schaden mehr nicht was mein Ulti selber nur ich hab aber noch kein TFC ich hab ne Ladschot du bist voll zu langsam fast you are full to langsam fast voll Wilton okay so Lukas los ja faul einfach der Depressive okay okay hier nach geh ich nicht putzen dann bitte einer mal ein Wort stellen oder so was dankeschön so scheint von den 4 aus doch man kann nur 3 hast du du hast noch ich hab einen hingestellt achso Hi Asche ne schade wird leider nichts doch hier wir haben ihn doppelgestern jetzt ist nichts mehr Paul hat saut alles wann hat Paul gegen Corona gekannt die macht dir ja Schaden die hat nur 3 HP oder sogar die hat nur 3 HP oder sogar du musst von ihm weggegangen Alter ja wo hat der fuck wieviel Schaden an die gemacht die hat trappen wrongs the traps naja schade ups Paul wrongs the traps Paul lauf 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 ja wie beschämst du in der Hölle Max ist Bitsgex weil sein Live-Ricks ist immer noch so krass ne ja ja das wird richtig geil der wird genervt der Garen weg ja ich sag Garen kriegt dann nerf ja irgendwann kriegt er dann genauso wie Shen Shen seine Q wird glaub ich auch dann genervt warum macht ihr kein Baron Tom Leute Leute das ist auch gar kein Bruder ist nicht weitergegangen ist nicht weitergegangen ja vor allem hatte ich dort das letzte Mal auf Max mit Kragas als ich da durch die Wand über die Wand und dann einfach wieder zurückgegangen bin du gehst jetzt mit Paul zum Baron und mach Baron und ich stehe da vor und halte alle Gegner weg du musst mich aber ein paar mal schulden nehmen also ich möchte auf jeden Fall noch einen Penta machen Leute ich bin Penta der ich bin Penta in der Aufnahme haben musst du eh nicht kriegen auch ne liegt vielleicht daran dass ich oder Max als Dien werden ohne ich oder ich du stellst du mal los das tolle ist Tom du hättest genau so viele Schüsse aus von Leute besitzt man hat einfach Double Wurf macht euch mal Baron oder nicht ich wollte dir doch vielleicht braucht Lukas du musst die ablenken sodass ich nicht denken dass ich da bin die Technik seines Challengers ja ich musste sie ablenken wir müssen nur so tun wir wollen selber Play-Win machen wie Spaß sieß ich werde aber kein Play-Win machen ich werde aber kein Play-Win machen keine Angst ich hab die FG ich auch die FG wollen wir dann Tom jo ok naja ich glaub das wär wär wenn Tim mal kommt komm Tim hör mir jetzt von hinten das fährt auf ihre Super-Win machen warum macht ihr zu viel Schaden Lukas noch mal die Mittel in die Iona weg Durst euch bei die ganze Zeit ey Leute wie spät äh 20 32 Weiß ich. Okay. Tom? Wir haben keinen zweiten, oder? Doch. Ich wollt grad sagen. Bahnsterb! Hört sich so schön bei euch an. Ich wollt den Baron enttötet. Ich glaub wir haben den Baron getötet. Max? Na los, jetzt können wir langsam beenden. Findet ihr nicht auf. Paul, wie wärs mal mit Schaden? Den mach ich ja als Adi. Nein, guck mal. Mein Paul, den Tank. Aua. Ich brauch mal Geld. Ich will noch alle bei uns haben. Ja, wir haben ein Problem. Ich opfere mich für die Gruppe. Würde ich nicht machen. Ich spring nochmal rein, Tom. Leute, ich würd ganz klein weggehen, weil ich 2000 Geld hab. Ne. Nein, lass mich. Wenn du endlich nochmal redest, dann darfst du zurückgehen. Seid voller Elan! Leute! Leute! Tom! Luba! Ich mach an der Zeit n' Drake. Mach das. Max, ich werd in den 0. Leute! Ja. Soviel zum Thema. Testen! Warte ich. Ich hab DfG bereit. Ne, machst du nicht. Du hast ihn nur ... tausendachtig Schaden. 80 Schaden noch. Den AD-Cavion, den man da legt. Lukas, ich bin enttäuscht von dir. Oh Gott, sie ist weggeflasht. Oh, das Ding ist aber rangekommen, ne? Die Wake habt ihr ja schon gemacht, ne? Ja. Boys! Hilfe! Komme! Ich bin nur zu spät. Leider nur zu spät, Paul. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Ja. Ich bin nicht sauer auf dich. Aber ich bin enttäuscht. Lol. Ich war grad mal. Ach, Zauern. Fick dich. Lukas, ich bin nicht sauer auf dich, dass du gestorben bist. Aber ich bin enttäuscht. Lol. Das ist für ein Spaß drin, ne? Alter, die Asche macht viel zu viel Schaden. Ich bin natürlich 100. Worauf? Ich hab aber bereits gemacht. Er ist gestorben. So, ich hab jetzt 100 Prozent. 200 Prozent Vollbild. Hä, was wird mir? Paul? Ich bin nicht sauer. Ich bin enttäuscht. Ich hab ja vor 22, 13. Was macht ihr denn doll? Leona hat genau so wie Paul. Ne, Paul. Ne, Paul macht's. Paul hat mehr AP. Äh, Paul hat mehr. Vor allem, wisst du, was ich lustig finde? Paul hat 4.800 Leben. Und hat aber auch ein Damage-Item dabei. Ja. Wie kommt denn auf diese 4.800 Leben? Äh, kannst du dann noch, ähm, ne? Was brauchst du das mit Giant Bay? Dann noch Feier. Giant Bay. Ich mach noch das Warmox. Wir hält das Item grad nicht ein. Also mach einfach ein zweites Warmox. Das war noch eins. Ich wollte einfach nur sehen, dass ich ganz viel Leben habe. Lass mal noch rumspielen mit denen, ist uns langweilig. Machen wir noch. Du bist das jetzt nicht dein Penis. Okay, damit nicht rumspielen. Sind wir noch ein Penta. Ey, Lux kommt sogar langsam zu einigen. Lass ihn trappen. Lass ihn mal kurz rüber gehen. Die Asche macht richtig scheiße viel Schaden. Ja, die ist auch voll würde. Ja, fast. Hier rüber, komm. Okay. Mir fehlt auch nur ein Item. So, Tom. Ich trap die. Aber ich log die besser gesagt. Ja, die haben wir uns gesehen. Ich bin nicht da. Mann. Fack den. Ist überlegt die Olle. Warte. Warte. Ich hab nur wieder Platz. Michael. No. Warte. 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 Zu Glück kein Schaden. Jo. Das war's. Ich hab die ganze Zeit mein Blade nicht drauf bekommen auf diese scheiß Asche. Wenn ich DFG auf eine GK setze, macht Lukas denn mehr Schaden? Ich bin ja als erstes angreift. Ich hab DP. Ich komm nicht zurück. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Stopp! LOL. Erstmal eiskalt aus der Ulti rausgezogen, Max. GG. Max, wieso? Warum nicht? Die werden nicht getötet. Ey, wisst ihr was? Die pushen nicht getötet. Die pushen nicht gerade ein. 30 Sekunden werde ich ihn wieder töten. Paul, warte mal. Paul, Paul, Paul. Nein, ich geh zurück. Nein, ich brauch Geld. 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 Geblieben. Jawel. Ich hab 20 Mal Rawmarks, Alter. Ich hab einfach 5.531 Leben. Also langsam kann man bei Paul die ganzen Balken zählen. Dann hat man erstmal eine Tagesaufgabe. Das müssen wir in Jungle trappen. Okay. Bist du gemacht, Junge? Bisschen. Bisschen. Bons die Taktik. Sag mal, hack zwei. Leute. Wir haben uns beide getötet. Wir haben die Töte vorgegeben. 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 Ich hab die Töte vorgegeben. Ich hab die Töte vorgegeben. Ich hab die Töte vorgegeben. Das krieg ich euch nicht. Das krieg ich euch nicht. Ich weine nicht. Okay, macht jetzt einen auf XP. Eine von euch beiden. Okay, dann beide. Aber ihr müsst wirklich auf XP machen. Von hinten, ne? Komm auf XP, ne? Äh, dann müssen wir noch zwei Türme. Leute, die Hyper-Google-Weltzeit. Mach die XP, ich mach. Hauptsache jemand macht XP, ja? Komm, die geht euch. Ne? Oh doch. Alter, was für eine Tagesaufgabe. Alter, Paul, die kommt da auch noch an. Dann, die hat die Ohren aktiviert. Ja, aber trotzdem. Wir verlieren das. Nö. Ach, nee. Ach so. Oh, da waren noch einmal drei. Filmlos. Entschuldigung, da waren drei Tüten. XP, key. XP, key. Kann man noch halt auf Oberweber machen. Ja, wir haben noch ein gutes AP. Bis jetzt. Bis jetzt nur Javan. Wenn du das, kriegst du zwei Schüsse, ne? Okay, jetzt die Leone auch. Xpeke. Jetzt kann man wirklich die Xpeke machen. Ja, der Job. Oh, ich hab mal kein Heimwerk gekauft. Ich hab beide Türme zerstört, ja? Ja, und ich mach gleich den Nächstes. Ja, selber so episch. Ich kann mich hin teleportieren. Max, Flash auch drin. In der Nähe. In der Nähe. Ah, nö. Pfff. Und alles auf Band, alter. Lukas? Ja? Max, ich weiß nicht, Ernst. Ich hab grad's sagen. Max, da darfst du noch mal Sitzung kommen. Max, da darfst du noch mal trappen. Max, dann darfst du noch mal trappen. Max, lass dir sogar den Kill und du verhaust ihn fast. Ihr beiden müsst feißen. Ja, wir trappen hier. Ja. Nein, ihr dürft ja nicht nur da stehen, wo Tom hinwill. Dann send mein Wort bitte bei euch. Bei Colum steht einer. Bei Colum steht einer. Bei Colum? Oh ja. Da. Warum lacht Lukas wie so bekifft der Hure? Hey, jetzt alle zum Nexus. Komm, Paul. Schnell zum Nexus. Komm, Paul greift schnell die Nexus an. Xpeke. Okay, ja. Das wird eh das in der Frühjahr respawn. Komm, Paul, mach einfach. Mach einfach. Einfach drauf. Ja, ich bin dabei. Und Inhibitors wird er. Jetzt haben wir das gespawed. Oder würde ich jetzt sagen, hat der Inhibitor das gespawed? Ja. Der Inhib. Ich wollte mir gerade überlegen, ob ich mir jetzt noch Magis fau, aber es ist ein bisschen spät, oder? Ja. Wir sind die Unterkürten. Er stimmt. Oh, der Pfeil in der Ass. Ah, fucking Japan, Alter. So lange überlegen. Ich schreibe jetzt gar nicht. Ich schreibe jetzt gar nicht. Kein Kommentar. Ey, Leute. Wir verlieren gerade. Nein. Doch. Nee, das nicht. Nein. Überziehlich hart. Wenn sie jetzt noch nicht beenden, wie wäre es wenn wir jetzt mal das Team anlaufen? Ja. Max, die beenden. Nein, Lukas, wir sind beide 7 Sekunden da. Komm, Paul, geht der jetzt nochmal voll in. Paul geht der jetzt nochmal voll in und tinkt das weg. Er paus den. Wie lange er da steht. Ich muss sie davon abwalten, den Turm zu machen, also bin ich reingesandet. Oh, die wärs eigentlich mal mit AP, Ringsy. Die Lux kommt irgendwann zwischen nicht zu Items. Oh, okay. Ich muss mal ja. Ich geh holen. Die Lux hat jetzt die Items, die wir mit der 15. Minute hatten. Ja. Oh, Gott. Max, gehst du full AP? Ja, Max, komm, bau full AP. Klappe. Aber nicht sehr viel Geld. Wartet noch, wartet noch, wartet noch. Wartet noch auf mich. Ich bin der Carrier. Der Carrier. Ja. Und geht schnell zum Baron. Baron. Die haben den. Und wir sollten nochmal schnell Backdown machen. Base Race, Base Race. Okay. Das ist noch da. Aber machen wir nicht. Ja, machen schnell. Nackt. Schauen wir, was wenn wir das machen? Faster than light. Okay, wir haben kein Wort. Aber jetzt haben sie euch gesehen. Jetzt haben sie euch. Aber ich bin Blitzcrank. Macht einfach, macht einfach weiter. Keine Angst. Warum wollen wir eigentlich Schilden? Wir haben Paul. Ich hab den abgefangen, Junge. Und die macht scheiße viel Schaden. Ich würd' man noch in 40 Jahren als der Rettet des Barons kennen. Die Asche Carriert das Game. Wo wir dann geswilt haben. Ich kann nicht flashen. Passt auf die Asche auf. Tötet als erstes die Asche. Lukas. Jetzt. Lukas, alles auf die Asche. Alles auf die Asche. Ulti-Belmen. Das war jetzt ein bisschen zu spät. Hat die zwei... Game ist verloren. Das Sonja killt dich jetzt, ne? Ja, das haben wir zu lange gespielt. Das... Ja, wir haben echt scheiße gebaut. Ja, danke. Und das alles ist auf Band. Ja und? Kannst du ja die Folge nennen, zu lange gespielt. Dann kann man... Schlechte... Schlechteste Idee ever. Ne, ich die Folge. Ja. Schlechteste Idee ever. Zu lange gespielt. Ja, die Asche macht einfach zu viel Schaden. Weil wir hätten hier Minute 20 oder so eigentlich Fetty machen können, aber... Ich hab hier ein Warmoxverschleiter Todeswehr ersetzt. Let someone say come back. Ich glaube, niemand hat erstmal come back gesagt, oder? Eigentlich nicht. So, Max, los! Schnell! Ich hab hier keine richtigen Items. Schnell! Camp! Oh, so ne Scheiße! Guck doch mal meine Items an. Camp! Ich hab nur Schuhe. Ich hab nur Schuhe. Ich hab nur Schuhe. Not even close. Oh Gott, ey. Das... Das war richtig schlecht. Und zwar nur von Lukas.